Wir haben auch immer ganz tolle Teppiche. Unser Glasangebot reicht vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Das Besondere an diesen Ampirgläsern ist, dass sie so zahlreich erhalten geblieben sind. So, und dann schauen wir uns mal ein paar Bilder an. So, und dann schauen wir uns mal an. Das Lieblingsstück dieser Auktion ist für mich natürlich die kleine Gänzerin. 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 Gänzerin.